Es ist der 10. Februar 2019. Es hat gerade 18 Grad. Und ich verlasse jetzt Bogota. Jetzt bin ich hier nahe. Jetzt geht es allein weiter. Wieder in Richtung Norden, eigentlich ziemlich wieder in die Richtung, in der ich gekommen bin, mit der Kara. Aber es hat dort noch 1-2 Sachen, die ich sehen will. Darum habt ihr jetzt ein wenig mit dem Umweg nach Medizin zurück. Der Verkehr ist gerade gut. Manchmal ist ein Sauberuf hier. Und es ist so, weil mit den kleinen Töpfchen gehen sie immer so zwischen den Autos durch. Und darum nehmen eigentlich die Autos auch gar keine Rücksicht mehr auf die Dörfer so richtig gross. Also manchmal drücken die Autos einfach rein. Du musst einfach aufpassen und auf die Seite. Sonst drängen die Autos einfach damit ab. Das ist auch ein wenig lästig wirklich. Besonders wenn ich Hunger habe, ärgere mich auch schon ein wenig verkehrt. Also dann. Auf weitere Abenteuer. Auf Wiedersehen. Ich grüße sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017